Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, Angela Merkel, die Ex-Kanzlerin, sie bleibt Berlin hoffentlich treu und nutzt ihr Büro mit ihren vielen Angestellten, das sie ja noch zur Verfügung hat, zur Genüge. Sollte sie nach Feierabend, sie arbeitet ja immer noch fleißig für uns, sollte sie nach Feierabend ja noch Lust auf eine Molle und einen Korn haben, einige der verbliebenen Kneipen in Berlin wird sie ja dann vielleicht auch finden. Wladimir Putin wird sie da dann wohl nicht treffen, denn der hat mächtig zu tun. Er ist ja mitsamt seiner russischen Föderation von sehr starken Restriktionen und Sanktionen betroffen und er muss sich nun anderweitig umsehen, aber siehe da, die große weite Welt hält viel Arbeit für Wladimir bereit und so wird er wohl seinem Volk ordentlich dienen können. Eine Meldung hat uns heute besonders stutzig gemacht. Greenpeace kann nun auch Militär. Höchstwahrscheinlich sitzen da sehr viele Ex-Soldaten, Ex-Generele bei Greenpeace, die sich sehr gut auskennen mit Kriegsmaterialien und so haben sie jetzt gewarnt vor der Anschaffung eines neuen Kampfes. Greenpeace, mach weiter so! Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagt ein Sprichwort und so hat unser Freund Karl Wilhelm sich auch wortgetreu daran gehalten, daran gehalten an dem, was er so öfter mal von sich gibt. Bei einer Rede gestern öffentlich, er wurde vom Publikum ja mehr ausgebucht als beklatscht. Jedenfalls bei dieser Rede hat der ungeimpftes Pflegepersonal verunglimpft und sie der Arbeitsverweigerung bezichtigt. Karl Wilhelm, das ist nicht nett von dir, aber so kennen wir dich. So Leute, und jetzt müssen alle die, die an Liebe und Treue glauben, ganz stark sein. Es kommt eine traurige, rührselige Geschichte. Das Traum-Duo Annalena Baerbock oder auch Stotteranni genannt und unser, ja, Energieminister Herr Habeck, der von Volk, Vaterland und staatlich Nationalstaat ja eigentlich überhaupt nichts hält. Die haben sich wohl getrennt, denn Stotteranni hat eine neue Liebe gefunden. Sie geht mit einem SPD-Politiker, ja, sehr vertraut um. Und die beiden, also Annalena und der SPD-Politiker, die wollen doch tatsächlich den Nationalstaat Deutschland aufwerten, damit die EU schwächen. Das ist für Habeck, für unseren Robert, etwas zu viel und er wird vielleicht daran zerbrechen. Und nun kommt's nochmal ganz dicke für Robert. Alarmieren, Panik machen kann er ja schon gut. Er hat ja lange gewarnt, dass es höchstwahrscheinlich kalt wird, dass wir viel Hunger haben werden in Zukunft. Nun ruft er heute höchstwahrscheinlich, so munkelt man, den Gasalarm aus, was immer das bedeutet. Wir haben dann nicht weiter nachgefragt. Höchstwahrscheinlich wird rationiert werden müssen. Für uns ist das ganz klar. Der Robert kann seine Arbeit leider nicht zufriedenstellend erledigen. Er kann nur Alarm und Panik verbreiten. Insgesamt, und das ist unser Fazit, neben der Ampel, die völlig zerbröselt und zerbröckelt ist, trifft es ganz besonders Robert Habeck. Er ist die geballte Inkompetenz. Robert, nimm deinen Hut, solltest du einen haben. Leute, eine Bitte, wenn ihr Lust habt, dann gebt uns einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da und falls ihr es noch nicht getan habt, bitte den Kanal abonnieren. Dann können wir vielleicht etwas weiter wachsen und viel mehr Leute können uns dann sehen. Ich wünsche euch was. Denkt dran, bleibt gelassen und in eurer Mitte, aber bleibt auch standhaft und geradlinig. Schaut über den Tellerrand, geht hinaus, sagt eure Meinung, ob bei Spaziergängen oder zu Demonstrationen, wo auch immer. Vielleicht auch, wenn ein Politiker scheint. Buhrufe sind immer gut gefragt und kommen immer gut an. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss und ciao. Buhrufe sind immer gut.